let's play let's play ja weide nicht, wenn der Regen regnet nee, bitte, damit kannst du noch nicht ankommen dam dam ich hab kein Holz mehr dam dam Marmorstein im Eisenbricht kennt keine Sau mehr, glaub ich Wenn man Spikes kaputt macht, also wenn die kaputt sind, dann ist Blut drauf. Ja, dann sind die auch, wenn man die einsammelt. Ja, ich weiß, ja ich weiß, ja ich weiß, ja ich weiß. Es gibt so ein YouTube Clip, ich weiß nicht ob du den kennst, da hat dieses ja ich weiß, ne? Einfach immer zusammengeschnitten, alle Situationen oder ganz viele Situationen, geht irgendwie, weiß ich nicht, über 10 Minuten. Ja, ich weiß, ja ich weiß, ja ich weiß, ja ich weiß, ja ich weiß. Ich muss den mal reinziehen, irgendwann. Ja, ja okay, ja okay. Das ist meine Seite, raus hier, ah ne doch nicht, du musst Holz machen, du musst Holz machen, jawohl. Du verstärkst das? Ne, hier oben die Decke halt. Achso, hast du verstärkt, okay. Es ist schon ein bisschen eng hier so, ne, aber naja. Machst du bei mir bitte noch die Decke fertig? Ja. Wie ich erst mal meinte, so von wegen, ja voll groß, du weißt. Jaja, das fertige Produkt ist dann schon nicht mehr so gewaltig. Ja. So. Wären die kaputten Steine schon. So, weißt du was ich jetzt als nächstes mache? Ich crafte mir so eine, ähm, eine Storage Box. Eine nur. Gehen wir davon aus so? Da passen wir nur neun Sachen rein. Gehen wir davon aus so? Aber reicht erstmal oder nicht? Reicht hinten und vorne nicht. Ich hab die Reihenweise platziert. Okay, ich hab mal sechs gemacht. Mal gucken. Mit wem? Ausnahmsweise mal nicht mit dir, mein Freund. Ähm, hier, und hier, und hier, und hier. Ach, machen wir darüber auch nochmal eine. So. Cool. Was denn? Ja, schick. Ist doch cool. Echt hässlich, aber praktisch. Egal, ehrlich. Geht mir nur am Anfang um Nützlichkeit. So, hier ne Fackel und da ne Fackel. So. Und hier eine. Ach, ja. Hä, was ist das? Copwebs? Äh, das sind Spinnweben, die spawnen da drin. Lol. Also da ist halt, es kann passieren, dass eine oder zwei mit drin sind. Und was tut man damit? Äh, die kannst du irgendwo platzieren, wie bei Minecraft. Da wirst du langsam, wenn du durchläufst. Also auch zum Zombie verlangsamen. Ja, aber was bringt dir verlangsamen? Keine Ahnung. Irgendwie fällt mir auf, dass ich jetzt fast gar nichts mehr habe, außer Pistolen. Weil erstmal alle Pistolen hier reinhauen. Wohl alle nicht. Toll, man braucht dieses schöne Holz, um daraus ne Kiste zu machen. Ja. Ja. Das geht nicht mit dem normalen abgebraten. Du brauchst diese Platten. Diese Platten brauchst du. Ja, ja. Aber das geht nur mit dem schönen von hier. Ja. Hm. So. Dann muss ich mir selber Fehlermeldungen erzeugen. Yay. Achso, ist das bei dir auch, wenn du das einsammelst? Weiß ich nicht. Schauen wir mal an. So, hier packen wir nochmal Eisen rein. Om nom nom. Om nom nom. Om nom nom. Om nom nom. Papa. Uah. So, eins für... Für trinken. That's what she said. Ne, da kriege ich keine Meldung. Schön. Essen. Also darfst du nichts mehr abbauen, ja? Ja. Hm. Machen wir dann so. Nie mehr. So, ich probier jetzt mal Reh. Roh. Lol. Geht's? Okay, ich warte damit lieber. Ja, es geht, aber du kriegst nicht so viel. Zack. Zack. Tu nur, du Erholzfäller. Der fällt Bäume mit bloßen Fäusten. We chuck know it. Ist echt cool, wenn man jetzt endlich mal was lagern kann hier. Prinzipiell sollte ich das aber jetzt lassen. Weil? Sondern lieber weitermachen. Naja, bisschen Platz im Moment. Machen ist ganz praktisch. Mach hier noch die Closes rein, da. Das hier rein. Hä? Und hier mal die Heilung rein. Ich brauch keine Heilung. Spar die lieber. Hier ist... Im Gras konnte man hier was reintun. Im Gras? Ja, ins Gras konnte man was reintun. Da war ein Stück Stoff drin. Hm. So. Okay, mal weiter hier ans Verstärken. Kannst du mir helfen ausgraben? Ähm... Noch nicht. Ich weiß gar nicht gerade, warum ich Holz fälle. Lass uns das mal bitte mit der Hütte später weitermachen. Lass erstmal hier den Graben ausweiten. Weil wenn die ans Fundament gehen, dann stürzt uns die ganze Scheiße ein. Ja, nur schön, dass ich dir meine Schaufel gegeben habe. Ja und die ist weg mittlerweile. Achso. Muss mir eine neue craften. Ist das meins? Ne. Hm... Scrap Metal... Oh mein Gott! Idiot! Bist du in die Spitzen gelaufen? Ne, ich hab mir Spitzen hier hingebaut vor meinem Storchest. Bau sie doch ab, Mann! Alter! Nimm sie mit! Mit E! Oh mein Gott! Kannst sie einfach wegnehmen. No, Idiot. Ich hab das gewusst. So. Schnell jetzt hier mal zur Potte kommen. Ich brauch viel zu lange, Alter. Ähm... Zack! Und... Zack! Also... Ähm... Tür. Schau erstmal nicht mehrere Iron Ingotten... Ach, kann man doch. Noll. Okay. Nein! Verdammte Scheiße, Alter! Ich hab den Schrei gehört! Nein! Soll ich deinen Loot save? Ja, bitte! Aber ich komm da nicht dran! Alter! Ich scheiß mir in die Hose, Mann! Das war so dumm, Mann! Das war so dumm! Alter! Alles blutig wegen dir hier! Mann! Ja, Konsole. Leck mich am Arsch! Alter, das war echt... Evil Genius mäßig. Mein Gott, Alter! Hab ich wieder ordentlich in die Scheiße gegriffen. Ich weiß nicht, was ich dir jetzt... Was ich dir jetzt genommen habe. Ich mach jetzt auf jeden Fall schnell mal hier so eine Schaufel. Ähm... Schau... Schee! Hä? Hab ich... Ich hab keine Sticks mehr. Da muss ich noch lang. Lalalalalalalalalala... Hab ich noch Trinken dabei? Nein, natürlich nicht! Hast du mal ein Trinken? Ach der Tulu! Ich weiß... Ja, ich glaub schon, das ist dein zwei, ja. Gut. Also ich mach erst mal einen weiter, ne? Wie, einen? Eine Spur? Einen, ja. Okay. Der vergnügt sich hier im Baum, der dicke Mann. Uah, jetzt kommt er. Der dicke Mann von nebenan. Hast du auch solche Framedrops? Ne, grad nicht, du? Ja, ich schon. Weil du auch sagst. Ich hab Angst, dass langsam meine Festplatte voll ist. Ich glaub nicht. Wir nehmen bestimmt schon über zwei Stunden auf. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich nehm auch zwei Terabyte auf. USB 3.0. Das wird schon passen. Ich hab nur einen. Ach, das wird auch passen. Mhm. Obwohl du nutzt Fraps, ne? Die machen ja so übergroße Files. Da hab ich nochmal doppelt so viel wie ich. Ähm, da lang. Kurz regenerieren lassen. Und weiter geht's. Also bei mir ist das so, dass die Frames dann, also richtig runter gehen. So auf 9 oder so. Jaja, bei mir eigentlich auch. Aber ich nehm eher selbst bis zum Limit auf. Jaja, stimmt schon. Darum kann ich's jetzt grad nicht abwägen. Kannst du zur Not die Festplatte wechseln? Ich, äh, ich müsste schauen. Ich müsste schauen. Oder wir machen gleich mal Schluss mit der Session. Wir sind ja schon lange dran. Das könnten wir auch machen. Machen wir dann auch gleich mal. Das wär vielleicht erst mal das Intelligenteste. Aber ich würd ganz gerne noch eine weitermachen. Jaja, das kannst du, das... Denk ich, geht schon noch. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke... Ja. Ich träg mal grade dein Wasser, ne? Nein, ich brauch's. Christian, kriegst du von mir wieder. Ja, kriegst du von mir wieder. Mein Wasser. Sonst brauchen wir ewig. Ich bin da, gib her. Ähm, nimm dir mal 5 Stück aus meiner Truhe, bitte. Ja, mein ganzes Inventar brauch ich wieder. Ich wollt weiter machen. Ich weiß nicht, was von dir war, warte. Was war denn von dir? Ach, Mann. Hattest du ne Pickaxe? Ja, ne? Ja. Crab Metal Door? Ja. Ich dropp das mal jetzt, was ich denke, was von dir ist. Hier. Das auf jeden Fall. Ne, das nicht. Das hier. Das. Kartoffelsamen hatte ich auch nicht. Das Crab Metal Door. Ja. Jetzt ist die Frage. Mein Trinken hätte ich ganz gern wieder. Achso. Kannst du das bitte? Ich brauch das nämlich hier. Ja. Aus meiner Truhe. Hol dir mal 5 trinken. Oder so. Ja? Kein Problem, oder? Für dich? Bist doch jung auf den Beinen. Ich hab hier zu tun. Ich muss graben. You know? I have to dig. I have to dig this shit. Look at the clock. Before the zombies are coming. We have to be ready. Da hat er einen Haufen Waffen drin. Was findest du jetzt zerstört? Ich schaue in deinen Kisten nach. Warum höre ich einen Kaputtmach-Sound? Keine Ahnung. Ich hab vorhin auch Glas-Zerhau-Sound gehabt. Als ob du alles kaputt machst. So, Tudu ist in meinem Gier. Macht alles kaputt. War ordentlich aufgeräumt hier bei dir. Clear, clear. Schepper. Oh mein Gott. Alter, mein ganzes Holz hast du. Dein ganzes Holz? Na gut, viele hatte ich nicht. Du hattest ein bisschen Holz. Oh, Handy klingelt. Kurz AFK. Unterbrechen wir mal, unterbrechen wir mal bitte. Na gut. Ja. Ich hab's abgewimmelt. Das Telefonat. Ne? Telefonat kann man ja auch abwimmeln. Hallo. Ich nehm gerade auf. Ruf später gefälligst nochmal an. Oder nie wieder. Ich bin der Tudu. Ich will nicht angerufen werden. So. In etwa, oder? Ja, nein vielleicht. Ich bin gefangen. Was wollte ich jetzt machen? Verdammt nochmal. Warum wollte ich denn Holz? I don't know, Bro. Ah, Kisten. Sag's doch gleich. Ich? Ja. Storage chest. Guck mal auf Uhr. Wir haben ein Problem, Alter. Oh. Oh Scheiße. Wann fangt ihr an? Hä? Wenn's dunkel ist, ne? Es gibt ne Uhrzeit, aber die weiß ich jetzt nicht. Also die zweite Reihe schaffe ich nicht. Überall. Holzi. 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 Okay, das muss reichen jetzt. Was tust du? Was tust du? Was tust du? Copwebs klauen. Kannst du bei mir... Ah, nein! Save my Nude. Save my Nude. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Ich trau mich ehrlich gesagt nicht springen. Ich hab natürlich nichts zu trinken, Alter. Ne, hau das Dings weg. Ich hab mir ne Brücke gebaut. Ja. Sag mal den ganzen Scheiß. Alter, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich natürlich voll. Scheiße, Mann. So eine Kacke. Auf deine Keule kannst du verzichten, oder? Ja. Mann, Alter. Ich bin echt der dümmste Mensch der Welt. Weißt du? Man springt. Man versucht drüber zu springen. Und dann landet man im Kraken. Selbiges ist mir auch passiert. Mann, Alter. Und ich dachte noch, tu nur der Trottel. Und mach's selber. Super. Jetzt ist da so ein Fettsack, der Hunger hat. Und äh... Und ich bewege mich mit einem Stunden kmh. Ach, Leute. Spart euch die Kommentare. Spart euch einfach. Lasst es einfach. Ja. Außerdem ist es mir auch passiert. Also... Kein Stress. Das macht es sich weniger peinlich. Aber das Problem ist, es wird gleich dunkel. Und ich hab nichts. Ich will nicht schon wieder woanders übernachten, tu du. Ich hab genug von One-Night-Stands. Ja, ja. Ich bin zu Hause zu meiner Frau. Hast du eine Frau? Zu Hause. Nach... Ja, du. Ja, im Arsch. Ich bin der Mann. Nee. Was? Wenn wir eine Beziehung hätten, dann wärst ja wohl du die Frau. Darum werden wir eine Beziehung haben, weil ich der Mann bin. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ich bin der Mann. Du wärst gerne, Mann. Das würde ich dir anrechnen, aber... Ja, ja. Mehr geht da leider nicht. Alter, so sinnlos, so sinnlos, dass ich immer wieder hinlaufen muss. Wir müssen uns einfach mal ein Bett craften oder so einen Scheiß. Stimmt. Schlafsack. Hab ich genügend Kleidung? Okay, aber ich bin glaube ich gleich da. Ich glaube, ich hab's gerade noch mal rechtzeitig geschafft. Ich sehe unser Haus. Ah, mein Gott. So, den machen wir mal dahin. Alter. Was hör ich denn hier? Alter. Das ist ein Hirsch, der in unsere Falle gelaufen ist. Ah, da hinten bist ja. Ich sehe aber das Fleisch gar nicht. Oh, jetzt nicht nochmal da rein. Oh mein Gott. Es spawnt ein Zombie da. In dem Scheiß. Solange er nicht im Haus spawnt. Ich bin jetzt schnell rüber. Ich werde schon geschlagen. Oh, Tudu, Tudu. Hilfe, 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 Hilfe. Was denn? Der Typ ist hier drin. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ich sterbe. Alter. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Geh raus aus meiner Seite. Nein. Du hast bei dir zugebaut und bei mir nicht, Alter. Du musstest ja auch... Oh, keine Muni mehr. Hau ihn. Hau ihn. Ähm, hier drin. Hier sind zwei Stück drin. Oh nein. Ich bin tot. Hass. Irgendwas machen wir falsch. Wir sind einfach zu dumm. Was machen wir falsch? Wir sind die dümmsten Menschen der Welt. Nö, ich denke, es wird nicht nur uns so ergehen. Gut, dadurch habe ich schwer... Ach, du hast schon zugebaut. Ja, ich habe es versucht und bin dabei gestorben. Ich gehe mal wieder auf mein altbekanntes Haus. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwas dabei habe. Alter, wir haben erst 22 Uhr, ne? Alter. Es ist so sinnlos. Komplett, was wir da machen, Alter. Oh mein Gott. Was liegt denn hier? Oh mein Gott. Scheiße. Oh nein. Nein, 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 nein. Friendly. Oh mein Gott. Und wieder tot. Nein. Ja gut, jetzt verlierst du nicht viel. Da verliere ich gar nichts. Ja, dann passt ja. Läuft halt den ganzen Weg nochmal. Und nochmal. Die nicht vorhanden ist. Und nochmal. Oh mein Gott, da steht einer. Wollten wir nicht eigentlich Schluss machen? Ja, eigentlich schon. Aber die Nacht, glaube ich, wird jetzt noch ganz freaky. Kevin ist in der Eingangshalle. Oh. Ja, jetzt ist er rausgegangen. Scheiße. Hat er sich anders überlegt. Er sitzt da schon die ganze Zeit. Wir wollten nämlich heute noch eine Session DayZ aufnehmen oder so. Tja, jetzt kriege ich wieder auf den Sack von hinten. Hm. Toll. Das ist schön. Die Kopfwebs hier raus. Oh mein Gott. Die Treppe. Alter. Schon wieder tot? Das ist echt einfach nur schön. Ja, so gut wie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele? Wie viele? Woher? Wieso? Das Schlimme ist, die haben die Treppe kaputt gemacht. Ah, ich bin wieder tot. Ist so ein Witz. Ist so ein Witz, Leute. Ist so ein Witz. Na toll. Da baut der To-Do, da baut der To-Do natürlich seine Seiten schön sicher zu. Und lässt meine richtig offen. Ja, ich wusste ja, dass du angerannt kommst. Und ich kann dann ja nicht erst wegbauen, wenn du jetzt sagst, oh ich bin mal da, mach mal auf. Du solltest ja da recht schnell reinkommen. Verstehst du? Okay. Versteht du? Ich hab das zu deinem eigenen Schutz gemacht. Ja. Ja, ich glaub's dir mal. Ausnahmsweise. Ach man, Leute. Zu deinem ureigenen Schutz. Ist so fail. Eigentlich könnten wir dann in der nächsten Session dann mal losziehen, ne? Und Sätze beenden. Ich bin wieder auf dem Dach. Und Sätze beenden. Ähm, hier wieder in die Stadt, Lebensmittel und so, ne? Ja, Hauptsache erstmal nach Hause kommen. Ich bin da. Ne? Ja? Schön. Wollen wir dann mal Schicht machen jetzt hier? Ja. Kevin ist wieder in der Eingangshalle. Gut. Gut, warte, lass mich den Baum noch zu Ende machen. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Session. Lasst unbedingt Feedback da. Feedback. Ob wir weiter machen sollen oder nicht, ne? Ja. Das kommt jetzt erstmal so jeden zweiten Tag, wie gesagt, auf dem 14 Uhr Slot. Ein Tag Garrysmot, ein Tag das hier. Ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen natürlich, ne? Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wir schingen. Tschüss. Krts. Kard Batm After generations. Schritt. Nachzen.